In diesem Video zeige ich euch geniale Tricks mit Olivenöl. Hallo ihr Lieben! Tu in eine Schüssel 1-2 Löffel Olivenöl und damit kannst du deine Holzmöbel zum Glanz bringen. Poliere deine Möbel mit ein bisschen Olivenöl. Du wirst dich wundern, wie schön deine Möbel sind. Ich habe hier einen Kleiderschrank, Endminuten, mit Olivenöl poliert. Er sieht aus wirklich wie neu. Schaut euch an, die linke Seite ist mit Olivenöl poliert und die rechte Seite noch nicht. Danach habe ich kurz mit einem Tuch abgetrocknet. Mit den gleichen Mitteln mit Olivenöl kannst du deine Schuhe, Lederschuhe, zum Glanz bringen, also polieren und gleichzeitig werden von Regen geschützt. Probiere unbedingt diese Tipps einmal aus. Es wird euch helfen. Schaut euch an, die linke Schuhe und die rechte Schuhe. Das ist ein großer Unterschied. Anschließend ist es ein großer Tipp, also kann es euch an, die linke Schuhe und die Kasteel haben an. Schlüssel 2-4 Löffel und dann aber auch ein großer Tipp. Schlüssel 2-4 Löffel 3-5 Löffel